Der fadische Fanclub ist eingetroffen. Hallo, macht den Mund! Der fadische Fanclub! Liste der Fadische Fanclub! Alles, was ich noch nie möchte! In der Kirche! Die Kirche! Liste! Ich liebe Howardaggio! Ja! So, wir sind hier in Landau, wie wir schon sehen. Noch in Hubsen, Christoph Dornay, hat er mir versprochen, er weiß bloß noch nichts von seinem Klick. Aber Landau ist immer wieder schön, das Kino ist zu heilt. Da muss man noch in einen Horrorfilm gucken, aber er fällt heute aus. Der spielt heute Wann auf den Bühnen. Ja, was noch zu sagen, der Juni ist eng, beziehungsweise... Juli. Ah, wir sind schon im Juli. Juni ist schon rum. Jetzt sind wir im Juli. Wer uns heute hier auf der Local Hero Stage nicht sieht, weil wir auch nicht dort spielen, sondern auf der Rewerbühne, kann uns einfach nächste Woche besuchen. Wo sind wir denn da? Heute, Mensch! Heute? Achso, ja klar, wenn es ausstrahlt. Heute oben sind wir in... Lass mich rote. Spielen wir überhaupt? 18.7. Frankedal. Heute sind wir in Frankedal. Auf dem Strandbadfest. Also wer es nicht noch Landau schafft, der kann es noch Frankedal schaffen. Aber Frankedal ist doch am Freitag, oder? Ah, gestern war Freitag! Gestern war Freitag, gestern haben wir heute Frankedal gespielt. Heute sind wir arbeitslos. Heute kann man uns nicht sehen. Ist auch gut für euch. Habt ihr auch mal ein bisschen Pause. Also, nächstes Samstag einfach wieder einschalten, wenn es heißt, schlechte Witze, gut erzählt, hier bei Feinred. Spielen wir erst morgen? Dachte ich ja. Was sagst du denn dazu? Er macht Werbung für morgen. Aber, und wir spielen noch gar nicht morgen? Wir spielen noch gar nicht. Wir haben letztes Woche gespielt, deswegen bin ich das nicht, weil wir Weltmeister machen sind. Oh, bitte! Lieber Gott!